Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern ist... Nein, ich werde in Zukunft sicherlich nicht mein Geld mit Singen verdienen, denn das würde nicht mal für eine minimalste Verpflegung reichen, das werde ich sicherlich nicht tun. Nur, das war jetzt nichts anderes wie ein Hinweis darauf, dass ich sozusagen angeschoben wurde. Zum Thema Wandern. Hä? Wandern? Wie bitte? Was, Andreas, du, Wandern? Ja, auch Wandern, aber der Hintergrund ist ein anderer. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, deinem Performance-Coach. Und jetzt fragst du dich, Andreas, was hast du mit Wandern zu tun? Relativ wenig noch. Wandern ist eine schöne Sache. Und zwar wurde ich von Calvin Hollywood angeschoben. Und zwar Calvin hat sich für seinen ersten, ich glaube, es waren 42 Kilometer Lauf, angemeldet und hat mich gefragt, Andreas, ich habe im Netz jetzt nichts gefunden, wie bereitet man sich denn nicht eigentlich auf so eine lange Wanderung vor? Dann habe ich auch überlegt, gibt es tatsächlich nichts. Es gibt tatsächlich niemand, der hier Informationen liefert. Also wir haben nichts gefunden. Mag schon sein, dass der eine oder andere gibt, das gemacht hat, aber nichts gefunden, wie man sich darauf vorbereitet. Genauso wenig, wie man sich zum Beispiel auf die Skisaison vorbereitet. Das sind alles Dinge, die mir danach dann so irgendwie gekommen sind und dachte, weißt du was, das Netz kann doch dazu bestimmte Informationen brauchen. Vor allem der Calvin hat Informationen dazu gebraucht. Und ja, dann habe ich den Calvin vorbereitet auf seinen ersten langen Lauf, also 42 Kilometer, das ist schon ein Stückchen, also nicht joggend und nicht als unter zwei Stunden, sondern das sind ja schon ein paar Stunden Laufen. Und jetzt sagt ihr vielleicht, naja, bitte laufen. Freunde, das ist schon ganz schön viel Laufen mit 42 Kilometer. Und wir haben, oder ich habe mir dann gedacht, so, was brauche ich alles? Natürlich als Personal Trainer und sogenannter Performance Coach hat man natürlich dann schon viele Ideen, wie geht man da am besten vor? Einmal auf physischer Ebene, einmal auf psychischer Ebene, was machen wir da? Also, wir gehen jetzt erstmal rein in die physische Ebene. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich von Natur aus schon dafür gedacht sind, Laufen zu gehen. Ob es jetzt gleich 42 Kilometer sind, ist eine andere Frage. Somit, natürlich können wir spazieren gehen, drei, vier Kilometer, aus dem Stand raus kriegt jeder hin. Zumindest die meisten, die gesund sind, kriegt man hin. Nur dann 20, 30, 40 Kilometer Laufen zu gehen, ist dann schon eine größere Herausforderung. Und vor allem, wenn auch noch schöne Höhenmeter drin sind. Und jetzt ist die erste Frage, was sollte man dazu tun? Logischerweise erstmal üben. Üben erstmal 5 Kilometer, 10 Kilometer, 15 Kilometer, 20 Kilometer, 25 Kilometer, 30 Kilometer. Sich langsam mal darauf vorzubereiten, dass man überhaupt weiß, was kommt auf einem zu. Das ist einmal körperlich darauf vorbereiten und auch mental. Denn letztendlich macht der Körper nur das, was der Geist zu ihm sagt. Wenn der Geist nach 20 Kilometer sagt, kein Bock mehr, dann ist Feierabend. Dann kann der Körper noch so fit sein, der Körper macht nicht mit. Denn der Körper empfängt nur Signale von dem Teil hier oben zwischen unseren Ohren. Also einmal drauf vorbereiten, sich stufenweise drauf vorbereiten. Wenn man 42 Kilometer laufen möchte, sollte man halt schon auf jeden Fall mal mindestens 30 Kilometer gelaufen sein. Am allerbesten halt auch mal schon 40 oder 42 Kilometer gelaufen sein. Wir reden von Wandern, nicht vom Joggen. Sollte man wissen, wie fühlt es sich an, was ist nach 20 Kilometer, was nach 25 Kilometer, was nach 30, was nach 35. So, denn diese Erfahrung hilft einem nachher dann beim tatsächlichen Lauf, wenn es dann darum geht, so heute wird in der Gruppe 42 Kilometer oder 50 oder 55 Kilometer gelaufen. Oder auch mal 100 Kilometer. Also erstmal diese körperliche Vorbereitung, dass man sich 15, 15, 20, 25 Kilometer nimmt. Und, dass man regelmäßig bei den Läufen, natürlich auch nicht während der Läufen, sondern wenn ich eine Wanderung gemacht habe von 30 Kilometer, dann mache ich nicht am nächsten Tag schon wieder eine Wanderung von 30 Kilometer, sondern lasse mindestens 48 Stunden Zeit vergehen, vielleicht sogar 72 Stunden und mache den nächsten Lauf. An den Tagen zwischendurch kann ich schon kleine Läufe machen von 5 bis 10 Kilometer als Regeneration, sollte aber mein System nicht überreizen. Denn der Mensch ist in der Lage, gewisse Leistungen zu bringen über gewisse Zeit und wenn das zu viel wird, rächt sich das, indem dann erstens mal die mentale Verfassung nicht gut ist, der Motivationsspiegel geht nach unten, der Körper funktioniert nicht mehr. Weil der Körper braucht auf der Seite der Biochemie natürlich eine gewisse Zeit, um sich zu regenerieren. Das Gleiche gilt auch für einen Geist. Denn glaubt nicht, dass das nur auf körperlicher Ebene abläuft. 42 Kilometer. Das ist auch eine geistige Herausforderung. Wenn ihr es noch nie gemacht habt, ist es krass, ein Ausgleiten aus der Komfortzone raus, denn wenn ihr es noch nicht oft gemacht habt, kommt bestimmt nach 25, 30, 35 Kilometer, kommt so der erste Punkt, wo der Geist sagt, hey, für was mache ich das überhaupt? Was bringt man das überhaupt? Und dann gilt es hier, geistig stabil zu sein, mental Power zu haben, um diese Phase zu überwinden. Wenn eigentlich ein paar Kollegen dabei sind, wenn man es in der Gruppe macht, ist es super, wenn man sich gegenseitig motivieren kann. Also Stufe 1. Stufe 1 ist immer 5, 10, 15, 20 oder 10, 20, 25, 30 Kilometer. In regelmäßigen Zyklen sich darauf vorzubereiten, zwischendurch Pausen einzuhalten von 72 Stunden mindestens. Zwischen diesen einzelnen Einheiten Regenerationsläufe von kurzer Dauer macht definitiv Sinn. Das wäre der eine Part. Der nächste Part ist zu überlegen, was könnte ein limitierendes System sein? Ein limitierendes System ist natürlich der Kopf, da kommen wir später drauf zu sprechen. Es kann aber auch ein limitierendes System sein, dass wir verklebt sind. Denn wenn jemand in einen Lauf reingeht und er ist komplett verklebt, zum Beispiel die Watenmuskulatur ist verklebt, die Oberschenkelmuskulatur ist verklebt, die Hüftbeugemuskulatur ist verklebt, der Rücken ist verklebt, weil er natürlich vorwiegend sitzt bei der Arbeit. So, der nimmt sich jetzt vor, laufen zu gehen, regelmäßig laufen zu gehen. Könnte es sein, dass der limitierende Faktor Verklebungen sind. Denn wenn wir Verklebungen haben, müssen wir besonders viel Energie aufwenden, um diese Verklebungen aufzuheben. Menschen, die verklebt sind, wo die Faszien verklebt sind, wo die verspannt sind, die gehen ungern sich bewegen. Wenn jemand sehr verklebt ist, der tut sich schwer beim einen Aussteigen aus dem Auto, der tut sich schwer beim Aufstehen vom Stuhl, der tut sich bei jedem Schritt schwer. Und somit überlegt mal, das wäre sozusagen, ich würde es mal bezeichnen als sehr stark verklebt, verklebt, verspannt, so ein Zusatzgewicht von 10, 15 bis zu 20 Kilo, was man mit sich rumschleppt. Das kann man so bezeichnen. Jetzt überlegt mal, ihr könntet diese 10, 15, 20 Kilo Zusatzbelastung ablegen. Wisst ihr, wie einfach sich da bewegt? So geschmeidig wie ein Gepard, so geschmeidig wie ein Leopard. Habt ihr es schon mal gesehen, wenn die rennen, wie geschmeidig das ist. Die dürfen nicht verklebt sein, weil die Tiere würden verhungern, wenn sie so verklebt sind wie der Mensch. Also wäre das natürlich ein super wichtiger Aspekt, dafür zu sorgen, dass der ganze Körper gedehnt ist, gestretched ist, offen ist, dass keine Verklebungen, keine Verspannungen vorhanden sind. Und da gibt es ganz klar die Ansage, macht Stretching. Ja, mit Calvin haben wir regelmäßig Stretching gemacht. Da hat er sich gut dran gehalten. Wartenmuskulatur musste besonders gut gedehnt werden, weil er hat sehr kräftige Warten. Dann auch die Oberschenkelmuskulatur, die Hüftbeugemuskulatur und auch hier der Nacken, der Trapez, schön gedehnt. Wobei man dazu sagen muss, Freunde, ja, es gibt ein Hauptaugenmerk auf die relevanten Muskelgruppen, die beim Laufen hauptsächlich aktiv sind, Wartenmuskulatur, hinterer Oberschenkel, vorderer Oberschenkel, Hüftbeugemuskulatur. Ja, besonderer Fokus, aber auch den Rest. Denn der Körper besteht aus Muskelschlingen und somit macht es keinen Sinn, nur die Waren zu trainieren. Denn da, wo die Waren aufhört, fängt der Beinbeuger an, also immer die gesamte Schlinge im Auge halten. Somit habt ihr den nächsten Tipp. Tipp, beschäftigt euch, wenn ihr zum Thema Wandern loslegen wollt, beschäftigt euch mit dem Thema Stretching, garantiert. Und nicht nur Stretching an dem Tag, wo ihr wandern geht, kurzes Warm-up-Stretching und nach dem Wandern ein Cool-Down-Stretching, wobei die meisten das nicht machen, weil sie müde sind. Wobei Warten wäre echt eine gute Idee, vorderer Oberschenkel, hinterer Oberschenkel unmittelbar nach dem Wandern zu machen, denn dadurch minimiert sich die Regenerationszeit, weil die Durchblutung verbessert wird. Sondern wichtig ist auch, sich vorzubereiten mit Dehnung nicht nur am Wandertag, sondern wochenweise davor, auch beim Probewandern, immer wieder Stretching-Einheiten einlegen. Wer zusätzlich noch zum Physiotherapeuten gehen oder zu einer guten Thai-Massage mit Hotstone, wo punktuell die schwer belastenden Bereiche ausmassiert werden, ganz klarer Vorteil, ganz, ganz klarer Vorteil. Denn Verspannungen, Verklebungen können ein großes Hindernis darstellen, können sogar dafür sorgen, dass der eine oder andere frühzeitig aufhören muss. Dann eben nicht die 42 Kilometer, nicht die 55 Kilometer laufen kann, nicht die 20 Kilometer, sondern eben schon nach 50 bis 75 Prozent der Gesamtstrecke das weiße Fähnchen heben kann und sagt, es geht nichts mehr. Das wäre einmal der Bereich Stretching, darauf vorzubauen. Wir haben jetzt erstes gehabt, überhaupt mal wandern zu gehen, zweitens Stretching vorbeugend zu machen, dass keine Verklebungen da sind, dass der Widerstand niedriger ist. So, was haben wir noch? Ja klar, logischerweise, was heißt logischerweise? So logisch ist das vielleicht gar nicht. Die Schuhe, bitte, wenn ihr wandern geht, eine große Wanderung macht man nie mit neuen Schuhen. Die Schuhe müssen eingelaufen sein. Es müssen gute Wanderschuhe sein. Und gute Wanderschuhe, 150 Euro aufwärts, 200 Euro bis 250 Euro sind da schon mal fällig. Dann solltet ihr diese Wanderschuhe vorher schon öfters getragen haben. Die müssen eingelaufen sein. Es gibt nichts Schlimmeres, wie Schuhe, die nicht passen, wie Wanderschuhe, die nicht eingelaufen sind, die dafür sorgen, dass ihr Blasen bekommt. Aus, da ist Feierabend. Mit einer fetten Blase am Fuß, hier geht nichts mehr. Das ist unglaublich, wie schmerzhaft das sein kann. Also Finger weg von neuen Schuhen. Schuhe müssen passen, Schuhe müssen angepasst werden. Geht ein Fachgeschäft, lasst euch ein paar gute Schuhe verpassen. Inklusiv den Strümpfen dazu. Nicht vergessen, denn Top-Schuhe, schlechte Strümpfe, keine Chance. Überlegt mal, wie oft der Fuß sich im Schuh bewegt. Wenn da die falschen Strümpfe da sind, da ist eine Blase vorprogrammiert. Und Blasen sind unglaublich schmerzhaft. Die können das ausbedeuten. Da geht nichts mehr. Da ist Feierabend. Die Blase geht runter bis aufs Fleisch. Da ist Blut im Schuh. Hört auf, das darf nicht passieren. Denn was habt ihr von der besten Vorbereitung in Form von Stretching? In der besten Vorbereitung in Form von regelmäßigen Zügeln, wo ihr Wandern wart. Wenn dann die Schuhe nicht gut sind, die Strümpfe nicht gut sind. No way. Okay, bitte. Das wären jetzt die Schuhe. Also zum Schuhfachgeschäft geht. Am besten natürlich in ein Geschäft, die sich mit Wandern beschäftigen. Ein normales Schuhgeschäft. Könnte man vielleicht Glück haben, dass einer drin ist, der auch wandert, der sich gut auskennt. Aber in einem Fachgeschäft für Wanderschuhe oder einem Fachgeschäft für Outdoor hat man in der Regel auch Menschen, die sich damit beschäftigen. Und die haben dann auch die guten Tipps, dann vielleicht eine Laufanalyse machen zu lassen. Wie geht jemand? Das sind natürlich alles Sachen, die sich auswirken auf den Schuh, die sich auswirken auf den Fuß, die sich auswirken auf die Strümpfe. So, das wäre diese Ebene. Außer den Schuhen natürlich bequeme Kleidung. Entsprechende Jacke mit dabei, die wasserfest ist. Man sollte auch immer was dabei haben, wo man wechseln kann, wenn man sehr stark geschwitzt hat und draußen regnet es und dann wird es kalt und man hat verschwitzte Sachen an. Also hier ist es ganz gut, vielleicht ein Wechselshirt dabei zu haben. Dann ist es gut, vielleicht eine Mütze dabei zu haben. Nicht vielleicht, sondern das ist gut, wenn es regnet, dass man nicht mit dem nackten Kopf da rumläuft, weil die meisten Wärme, die geht über den Kopf verloren. Was haben wir noch gemacht? Also die Sachen hat der Calvin dann schon alleine gemacht. Schuhe hat er auch gut. Ich war mehr zuständig für die körperliche Komponente, für das Stretching, für die Faschen. Da war ich zuständig. Und natürlich ganz klar das Thema Ernährung. Das Thema Mineralstoffe. Das Thema Supplemente. Das war wieder mein Bereich. Denn ihr müsst euch so vorstellen, wir laufen ja nicht ständig 40 Kilometer. Überlegt mal, wie viele bewusste Muskelkontraktionen dabei entstehen. Und bei diesen Muskelkontraktionen wird natürlich einmal ganz klar Energie verbraucht. Einmal Energie aus dem Bereich der Kohlenhydrate. Einmal Energie aus dem Bereich der Fette. Denn der Fettstoffwechsel ist beim Wandern super gut, weil man sich in einer nicht zu hohen Herzfrequenz bewegt. Und wir verarbeiten natürlich auch immer im Stückchen weiß, je nach Zustand, der Speicher. Wenn die gefüllt sind, die Kohlenhydrate-Speicher, verarbeiten wir relativ wenig Aminosäuren, wenig Proteine. Wenn die Kohlenhydrate-Speicher leer sind, werden wir nichts mehr nachgefüttert haben. Wenn der Fettstoffwechsel am oberen Anschlag ist, wenn wir da fast im Übergang sind zum Zuckerstoffwechsel, weil es super anstrengend ist, weil wir den Berg hochgehen, weil die Herzfrequenz ziemlich hoch ist. Dann ist der Körper natürlich auch in der sogenannten Glucogenese. In der Aminosäurenverstoffwechselung. Und das sind alles Faktoren, die sind wichtig. Auch hier wird da ganz klar. Du hast dich optimal vorbereitet. Du hast alles richtig gemacht. Du hast die richtigen Schuhe, die richtigen Strümpfe, die richtigen Kleider, die richtige Mütze, die richtige Jacke, alles an, den richtigen Rucksack. Du hast Wasser als Verpflegung dabei. Aber du hast deinen Körper im Bereich der Nährstoffe nicht optimal darauf vorbereitet. Was passiert? Du wirst ins Ausgezogen. Im Unterzucker. Mit maximaler Energielosigkeit läufst du nicht mehr. Dein Gehirn bekommt keinen Zucker mehr. Dein Gehirn sagt, hör auf, Schluss, aus, bleib stehen. Ich laufe nicht mehr weiter. Auch dieser Faktor ist super wichtig. Und da habe ich natürlich im Kelvin ganz klare Tipps, ganz klare Anweisungen gegeben. Wie soll er sich einen Tag davor verhalten? Wie soll er sich die ganze Woche verhalten? Wenn er einen Mammutmarsch macht, dass er genügend Mineralstoffe auflade, dass er aufs Magnesium achtet, aufs Kalium achtet, dass der Natrium, das ausreichende Natrium zugeführt wird, also Salz in ausreichender Menge, dass die Speicher aufgefüllt sind. Das bedeutet, wir haben Speicher, wir haben Mineralstoffspeicher, die werden aufgefüllt vorher, dass sie bis zum Anschlag voll sind, sodass er dann während des Laufens nicht in ein Defizit kommt. Ihr kennt es, Magnesiummangel, Kaliummangel, zu wenig Wasser im Körper, führt uns aus, gibt es Krämpfe, Erschöpfungszustände. Das kann sogar aufs Herz gehen. Wenn zu wenig Magnesium, zu wenig Kalium, zu wenig Natrium da ist, geht der Blutdruck runter. Das sind alles Dinge, da sollte man wissen, was man tut und sich entsprechend darauf vorbereiten. Das habe ich mit ihm gemacht. Wir haben eine ganze Woche lang den Magnesium-Kalium-Speicher aufgefüllt. Wir haben darauf geachtet, dass genügend Vitamin B da ist. Omega-3 war sowieso genügend da, auch für später die Entzündungsprozesse haben wir genügend zugeführt. Dann haben wir einen Tag vorher angefangen, die Glykogenspeicher aufzuladen, die Kohlenhydrat-Speicher aufzuladen. Denn wir haben die Möglichkeit, in unserer Muskulatur Kohlenhydrate einzulagern, in Form von sogenannten Glykogen. Wir haben in der Leber auch noch die Möglichkeit, einen kleinen Anteil zu bunkern. Den größten Anteil können wir in der Muskulatur bunkern. Und somit haben wir einen Tag davor die Kohlenhydrat-Speicher komplett aufgeladen. Zwischen 300 und 600 Gramm Ladekapazität haben Menschen, je nachdem, männlich, weiblich, groß, klein, viel Muskelmasse, wenig Muskelmasse, haben wir die Kohlenhydrat-Speicher aufgeladen. Einen Tag davor, übers Frühstück, übers Mittagessen, übers Abendessen. Am nächsten Morgen, bevor es losging, das war einer der Ersten, die morgens losgegangen sind, gab es noch ein Frühstück mit einfachen Kohlenhydraten. Ach so, ja, nicht vergessen, am Tag davor, dieses Aufladen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, waren natürlich Kohlenhydrate, die jetzt nicht lange im Darm verweilen. Man darf am Tag davor keine Sachen essen, die zu lange im Darm verweilen, die uns zu viel Energie rauben in Verstoffwechslungsarbeit. Das geht auf gar keinen Fall. Man braucht dann beim Laufen die maximale Energie in den Extremitäten, im Herz, im Gehirn. Und somit sollte man darauf achten, dass einen Tag davor der Verdauungstrakt so weit wie möglich von zu stark belastenden Lebensmitteln freigehalten wird. Das gleiche geht natürlich am Morgen davor. Am Morgen davor, das verrate ich euch, was es da gab. Da hat der Kelman sicherlich solche Augen gehabt und so ein fettes Grinsen. Es gab ein schönes Weißbrot. Ein schönes Weißbrot, ein französisches Baguette mit Dünnbutter drauf und dann war Honig drauf. Da wird der Zuckerspiegel frisch angefüttert. Das heißt, am Tag davor haben wir den glycogenen Lager schon aufgefüllt. Die werden natürlich ein bisschen verarbeitet, über die Bewegungen, was man am Tag davor macht, die normalen Bewegungen. So, und dann ist natürlich ein bisschen im Glykogenspeicher gesunken, im Leber und in der Muskulatur. Und im Blut war dann morgens gar nichts mehr drin. Also haben wir frisch aufgefüllt, über diese einfache Einheit an Kohlenhydraten. Weißbrot lässt sich einfach vor Stoffwerksleben da haben. Honig natürlich genauso. Und dadurch hatte er frischen Zucker im Blut. Und dadurch haben sie den Glykogenspeicher erst später entleert. Das heißt, er hat eine Verzögerung der Glykogenspeicher. Eine halbe, drei Stunden bis eine Stunde. Und das ist wichtig beim Laufen. Super wichtig. Und dazu kommt natürlich, dass wir unterwegs dafür gesorgt haben, dass die Mineralstoffspeicher nie komplett leer sind. Er hatte von mir eine Empfehlung dabei mit Ampullen. Das sind die hochwertigsten Ampullen, die man auf dem Markt kriegt mit Mineralstoffen. Dann haben wir noch einen kleinen Booster mit dazu genommen mit Grüntil, Gurana, mit Arginin. Auch noch so ein Spezialtipp von mir. Da hatte er drei Portionen dabei. Hatte auch eine ganz klare Strategie, wann er die nehmen sollte. Das haben wir aufgeteilt auf die komplette Strecke. Wann der erste Einbruch kommen könnte. Da hat er dann natürlich die Anweisung bekommen, so ab jetzt einen Booster rein und isolierte Aminosäulen dazu. Mit Betain noch mit dabei. Und noch ein paar andere Sachen, wie auch Taurin. Und er hat auch natürlich ganz klar die Angabe, was sollte er unterwegs essen. Auch unterwegs holt man sich natürlich nicht den Speck raus und das Vollkornbrot. Und da gab es auch einen speziellen Riegel dazu, den er mitgenommen hat. Mehrere dabei, sodass sein Energiespiegel konstant aufrechterhalten blieb. Denn ganz wichtig ist beim Wandern, dass der Energiespiegel immer so weit wie möglich aufrechterhalten bleibt. Dass wir nicht in den Unterzucker kommen, in den starken Unterzucker. Denn wenn wir in den starken Unterzucker kommen, dann sagt unser Teil zwischen den Ohren, ey, Kollege, ich bin total unterzuckert. Ich bin nicht mehr gut drauf. Ich habe keinen Bock mehr, mich weiter zu bewegen. Denn aus Schutzgründen muss ich mich jetzt hinsetzen, nichts mehr tun. Und das kann dazu führen, dass man auch ins Ausschießt. Dass man dann frühzeitig abbrechen muss. Dann haben wir darauf geachtet, dass die Atmung stimmt. Auch da ist es wichtig, wenn man solche große Märsche macht, dass man Rücksicht darauf nimmt, wie man atmet. Dass man nicht unrhythmisch atmet. Dass man guckt, dass man einen Lauf-Atemrhythmus bekommt. Am besten über drei bis vier Schritte einatmen, über drei bis vier Schritte ausatmen. Das übt man bitte auch vorher. Dann darauf achten, dass man, wenn man in der Gruppe läuft, dass man nicht zu viel redet. Denn das kann zum Seitenstechen führen. Dann darauf achten, dass man ein gutes Tempo hat. Denn wenn man in einer Gruppe mitläuft, wo einer dabei ist, ein extremes Tempo hat, dass man nicht mithalten kann, dann fällt einem da dieser gesunde Rhythmus. Und das kann auch dazu führen, dass man aus dem Rhythmus rauskommt und dann frühzeitig erschöpft ist. Ja, lass mich überlegen, was sonst noch was? Was waren die wichtigsten Sachen? Gut, Flüssigkeitszufuhr unterwegs ist klar. Natürlich Wasser. Am besten noch ein paar Mineralstoffe drin. Salze sind ganz wichtig, weil man viel schwitzt. Also wenn ihr unterwegs am Schwitzen seid, sollte man immer darauf achten, dass genügend Magnesium, Kalium, wie dann mit B6 zugeführt wird. In Kombination mit Natrium, dass auch genügend Salz da ist. Denn wenn ihr einmal den Schweiß ableckt, werdet ihr merken, der schmeckt salzig. Also verlieren wir natürlich sehr viel Mineralsalze. Und die sollte man wieder zuführen. So, jetzt muss ich überlegen. Ja, das waren jetzt mal so die wichtigsten Details, wie man sich auf eine lange Wanderung vorbereitet. Dass man da nicht blauäugig reinstürzt und letztendlich frühzeitig abbrechen muss oder natürlich völlig frustriert ankommt, völlig ausgelaugt. Denn wenn jemand zum Schluss die letzten 15 Kilometer noch im Kopf läuft und der Körper will gar nicht mehr, kann das zum Sturz führen. Das kann Verletzungen geben, das kann Überlastungen geben. Um dem vorzubeugen, ist dieses Paket, das man sich schnürt, wichtig. Das waren jetzt die wichtigsten Punkte zum Thema Körper. Jetzt kommt noch das Thema mental zwischen den Ohren. Und da haben wir, oder habe ich Calvin empfohlen, Calvin, mach dir eine Playlist. Mach dir eine Playlist von Musik, die dich anzündet. Oder mach dir zwei Playlists am allerbesten von Musik, die dich anzündet, sodass immer dann, wenn du dieses mentale Tief hast, es kommt zwischendurch ein mentales Tief, wo du dich fragst vielleicht, warum mache ich das alles? Es ist so anstrengend. Und dann knallst du dir deine mega geniale Playlist rein. Das mag Musik sein, das mag ein Speaker sein, ein Motivationssprecher sein, was dir reinläuft. Das kann auch klassische Musik sein, zwischendurch zur Entspannung, zum Runterkommen, zum Chillen während des Laufens auch, um eben wieder dann sich vorzubereiten, immer das Speed zu geben, wenn es den Berg hoch geht. Also da ist meine klare Empfehlung, gute Kopfhörer mit dabei. Am besten die kleinen Kopfhörer, nicht die großen, dass man darunter schwitzt, die kleinen Kopfhörer. Und immer dann, wenn der Bedarf da ist und man merkt, okay, jetzt kommt ein Leistungstief, drücke dich die Musik, deine Playlist rein und Feuer frei. Die wichtigste Playlist ist die Playlist auf den letzten Kilometern. Wenn du 30 Kilometer läufst, die letzten 5 Kilometer, wenn du 40 Kilometer läufst, die letzten 10 Kilometer, wenn du über 50 läufst, die letzten 8 bis 10 Kilometer. Da brauchst du die Playlist, die dich rausholt aus dem Tief, wo du Gänsehaut kriegst, von den Füßen bis zum Kopf und in deinem Fokus bist, wo du deinen Blick hast und sagst, ich werde ans Ziel kommen, ich schaffe das. Und wenn du diese Playlist hast, dann wirst du sehen, die Kombination aus der optimalen Körperversorgung mit der mentalen Versorgung in Form von Trigger-Musik. Du schwebst durchs Ziel durch und dann hast du ein Highfly, wenn du im Ziel ankommst. Das kannst du dir so nicht vorstellen. Denn so einen langen Lauf zu machen, ist natürlich auch immer ein Stück weit raus aus der Komfortzone, rein in einen Bereich, wo man noch nie war. Und dieses Erfolgserlebnis, das man dann danach hat, weil man was geschafft hat, oder nicht sicher war, dass man es schafft. Und das vielleicht auch noch in der Gruppe mit mehreren Kollegen, Freunden, selbst mit fremden Menschen. Dieses Gefühl danach, wenn du im Ziel bist, die nächsten Sekunden, Minuten, dieses befriedende Gefühl, das ist ein Gefühl, das trägt dich tagelang und wird dir auch in vielen Bereichen helfen, weil du dir bewiesen hast, dass du raus bist aus der Komfortzone, dass du dir ein Ziel gesteckt hast und dieses Ziel hast du erreicht. Und diese Ziele kannst du vom sportlichen Bereich, sei es beim Wandern, sei es bei einer anderen Sport, das ist egal, kannst du spiegeln ins Privatleben, spiegeln in deinem Businessbereich. Und dann wirst du deine Grenzen nach oben verschieben. Du wirst Dinge machen, die du dir vorher nicht zugetraut hast. Nur aus dem Grund, weil du eine Wanderung überstanden hast von 40, 50, vielleicht sogar 100 Kilometer, die du vorher niemals zugetraut hast. Das ist mega. Und deswegen meine Empfehlung, mach das. Ich habe unmittelbar, nach seinem Zieleingang, habe ich eine Nachricht von Calvin bekommen. Und in dieser Nachricht war der ganze Spirit mit dabei. Diese Vorbereitung, ich habe es mir bewiesen, ich habe es geschafft. Das war alles mit drin. Das war alles mit in der Nachricht drin. Das war eine kurze Nachricht. Das war eine geschriebene Nachricht und eine sprachliche Nachricht. Aber allein schon die Stimmfarbe, allein schon diese Energie, die in der Stimme war, und das nach über 40 Kilometer. Energetisch geladen, euphorisch. Ja, was machen wir da? Wir besorgen es uns mit einem krassen Hormoncocktail. Dem Hormoncocktail Dopamin. Belohnung. Ich habe es geschafft. Endorphin. Hurra. Wohlfühlen. Angenehmes Gefühl. Ich habe gewonnen. Gegen mich selber, nicht gegen andere. Und genau das ist das, was sich jeder Mensch immer wieder mal selbst besorgen kann. Dieses mega geniale Hormoncocktail. Natürliches Hormoncocktail. Ja, das wird in unserem Körper gebunkert. Das heißt, es ist da, aber es wird ganz oft nicht mehr aktiviert. Es kommt ganz oft nicht mehr zur Produktion, weil wir uns diese Hypes nicht mehr holen. Ihr seht ja ganz viele, es gibt Tough Mudder, es gibt Bergläufe, alles möglich. Das braucht der Mensch auch mal zwischendurch, weil wir in unserem Businessbereich oftmals den ganzen Tag in einem maximalen Businessfunnel sind und dieses Natürlich für Menschen nicht mehr zum Tragen kommt. Und dann diese kleinen Auszeiten, mal alle zwei, drei Wochen so einen Lauf zu machen, jeden Tag oder jeden zweiten Tag sich ein bisschen damit vorzubereiten. Das ist unglaublich gut für unsere Seele, unglaublich gut für unseren Geist und top für unseren Herzmuskel, top für unsere Lunge, denn es ist was Natürliches. So, ich würde sagen, da ist alles drin. Also in diesem Paket ist jetzt alles drin. Da könnt ihr jetzt mal, wenn ihr euch Gedanken macht, direkt loslegen. Dann kann ich euch ja heute schon garantieren, und ihr werdet ganz viel Spaß haben, garantiert. So, ihr Lieben, und wenn du jetzt sagst, lieber Andreas, das ist schön, dass ich das alles weiß, aber ich würde gerne jemanden haben, der mich darauf vorbereitet, der mich in die Hand nimmt, denn ich habe einfach noch zu viel, zu viel Körpergewicht. Ich habe gar keine Erfahrung mit Bewegung, mit Sport, mit Stretching, null Erfahrung und ich möchte das unbedingt machen, weil es hört sich geil an und ich kann mir das richtig gut vorstellen, das würde mir gut tun. Was kann ich tun? Relativ einfach. Und zwar in den Shownotes findest du meine Landingpage. Und wenn du dich jetzt einträgst zu deinem ersten kostenfreien Beratungsgespräch, dann hast du in Kürze deine Lösung. Du musst nicht mehr darüber nachdenken. Ich nehme dich an der Hand, ich führe dich dahin, ich bereite dich vor und du wirst deinen Weg gehen. Auf körperlicher und mentaler Ebene. Auf beiden Ebenen werde ich dich vorbereiten. Und du wirst ein Erlebnis haben, das wirst du nicht so schnell vergessen, garantiert. Und du wirst danach sagen, hey, das möchte ich öfters machen. Das fühlt sich gut an. Du wirst auch einen großen Anteil dieser Motivation rüberziehen in dein Business. Garantiert in dein Business. Du wirst dadurch im Business auch besser werden. 100 Prozent. Ich erlebe das immer wieder. Wenn Menschen diese Herausforderung annehmen, raus aus ihrer Komfortzone, rein, rein in ein kleines Abenteuer. Ja, das brauchen wir zwischendurch. Wir brauchen auch mal diese Bestätigung, dass wenn wir uns was vornehmen, dass wir es schaffen. Und diese Euphorie und dieses Wohlempfinden, dieser krasse, geile, natürliche Hormoncocktail, ist genau das, was uns anzündet, was uns weiterbringt. Im Privaten, im Sportlichen, genauso wie im Business-Bereich. So, und jetzt trägst du dich bitte ein. Dann hast du in Kürze dein erstes und verbindliches Beratungsgespräch mit einem meiner Mitarbeiter. Und wenn es passt, und wir stellen fest, meine Mitarbeiter, ey, der passt super zu uns, der passt auch zu unserem Angebot, was wir haben, dann haben wir in Kürze unser Gespräch. Dann erkläre ich dir bei unserem ersten unverbindlichen Gespräch, wie gehen wir das Ganze an. Und dann hast du in Kürze ganz viel Spaß. So. Schönes Thema, oder? Für mich auf jeden Fall und für dich auch. Ich weiß das, ich spüre das, dass es gut tun würde. Also, ich freue mich auf dich, habe ganz viel Spaß bei allem, was du tust und ich freue mich in Kürze von dir zu hören. Hier war Andreas Drienbacher, dein Performance-Coach.